servus und damit willkommen zu anderen eichenrunden skywars hallo skywars im dialekt weil wir doch drauf skywars ist gescheit zart und da kann ich mal ein bissel was nice ausprobieren digga skywars ist für mich so richtig zart das ist wirklich wirklich schlimm bin so schlecht als skywars dann zwipen eigentlich kriegen er purlt purlt noch gg minus zeichen komm her oh komm jetzt haut nicht ab bruder oh der ff hat sie noch gefangen aber jetzt hab ihn jo das kriegt er nicht mehr hin komm naja er schafft's scheiße viel spaß da unten naja schaffs nimmer na 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 er schafft's oder der hund der geht einfach nicht down er hat noch neue bälle jetzt aber komm na ja 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 junge first strike wundern let's go so ich spiel jetzt mal kars subkit was sonst regen sie die skywars sweats in meinen kommentaren auf dass ich den ganzen zeit nur subspielen yo er ist wüt der unterer oh fuck danke bei der war jungs mein kanal nämlich gerade wieder bissl bergauf keine minus abos mehr perfekt keine co-pips bin dead wahrscheinlich aus tweet den alter ich bin voll den scheiß staff aber jeder hat scheiß staff gibt es kein dear staff probier mit der der kommt dann immer hoch na der packt auch rein die fick echt jeden auseinander der heult ich schwöre weg mit dir das ist ja viel geiler das guy war ohne dear staff junge jo ah no sag jetzt nicht das ist der letzte der faket save naja der ist einfach scheiße hau rein 8 kills junge komplett rasiert ich würde sagen das wars mit dem video haut rein lasst ein like da schreibt gerne wieder weiter ein paar themen oder challenges was 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 ich in die kommentare damit die mal wieder mehr videos machen können und jetzt haut rein fantastisch daily uploads ciao 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 jungs